Du läufst hier rum, als würdest du etwas suchen. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du es auch nicht mehr lange. Ich hab dir was anzubieten, da werden dir die Augen übergehen. Ich kann dir eine Waffe besorgen, mit der du jeden Gegner besiegst. Du musst es auch nicht umsonst machen. Du wirst von mir eine tolle Belohnung bekommen, weil du mir so sympathisch bist. Und vergiss nichts. Nochmal, ich will 5 Äpfel, 5 Flaschen Wacholder-Schnaps, 10 Flaschen Bier, 3 Leibe Brot, 2 Käse-Stücke und 5 Weintrauben-Reben. Klar? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat's auch nicht besser verdient. Jetzt haben wir genug Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch. Bis zum nächsten Mal. Was willst du denn noch? Verschwinde. Geh jemand anders auf die Nerven, sonst setzt was. Kapiert? Wir haben unseren Spaß gehabt. Jetzt zieh Leine, Mann. Aber na gut, du willst es ja nicht anders. Ich hab dich gewarnt. Ich habe gehört, dass du uns geholfen hast, als uns die Augen überfallen haben. Das spricht für dich. Habe gehört, dass du die Orks aus unserer Mine vertreiben willst. Ist das nicht eine Nummer zu groß für dich? Ich habe gehört, dass du die Orks von unserem Ahnengrab vertrieben hast und Snorre wieder seine Ruhe gefunden hat. Aber der Mann war bisher immer ehrlich gewesen. Ich glaube nicht, dass er was mit dem Verschwinden des Amuletts zu tun hat. Jarl ist schwer in Ordnung. Er ist ein guter Jäger, von dem ich schon manches wertvolle Fell bekommen habe. Er würde ihn am liebsten beenden. Aber da es eine Privatsache zwischen den beiden ist, kann er sich nicht einmischen, solange ihn keiner um Hilfe bittet. Ute ist Jarls Frau. Aber wenn du nach seinem Amulett fragst, wirst du sie ja schon kennengelernt haben. Ich hatte mal ein Gespräch zwischen ihr und Skjols Frau Wiebke mitbekommen, wo sie sich über diesen Streit bitter beklagt haben soll. Sie sind nicht zum Banditenlager gegangen, sondern weiter in Richtung Norden, zum Fluss. Ich wette, dass der Wald ihr Ziel war. Kein Problem. Aber sei vorsichtig, wenn du ihnen folgst. Mit denen würde ich mich nicht anlegen. Sag ihm, dass er sie haben kann. Ich schenke sie ihm. Ins Lager werde ich eh nicht mehr zurückkehren. Da kann sie jemand haben, der es wirklich nötig hat. Dann werde ich bald einziehen. Ich kann dir leider kein Erz als Dank geben, aber dafür werde ich dir etwas erzählen. Vor ein paar Tagen habe ich einen Banditen aus dem neuen Lager beobachtet, der neben der verfallenen Hütte beim Tümpel im alten Lager eine Truhe im Boden vergraben hat. Was will ich denn da? Im neuen Lager würde ich wohl auf den Reisfeldern arbeiten, und im Sumpf müsste ich mir den Quatsch dieser Gurus anhören. Dann werde ich bald einziehen. Ich kann dir leider kein Erz als Dank geben, aber dafür werde ich dir etwas erzählen. Vor ein paar Tagen habe ich tief nachts einen Banditen aus dem neuen Lager beobachtet, der neben der verfallenen Hütte beim Tümpel im alten Lager eine Truhe im Boden vergraben hat. Oh, das tut mir leid. Dann kommt mein Hinweis wohl zu spät. Sehr viel mehr als meinen Dank kann ich dir dann nicht mehr geben. Richtig, ein paar Goblins haben sich dort eingenistet. Es ist schon ein kleiner Haufen, deswegen habe ich es selbst nicht geschafft. Kannst du dich vielleicht um sie kümmern? Man könnte sie aus der Höhle locken, damit sie runterfallen und sich den Hals brechen.